Oh mein Gott, Leute, welches Auto überlebt? Mehr Schlaglöcher! Lasst jetzt alle ein Like und ein Abo da. Wir fangen mit dem Lamborghini Huracan an. Okay, Schlagloch Nummer 1, kein Problem. Schlagloch Nummer 2, okay. Es geht weiter, Leute. Bis jetzt schlägt der sich eigentlich ganz gut. Oh mein Gott! Das dritte Schlagloch und wir überschlagen uns. Nein! Alter! Okay, Leute, ich glaube, der Lambo ist kaputt. Okay, kommt der Audi RS6 weiter. Wir werden es jetzt rausfinden, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sind auf dem Weg zu den 1.000.000 Abonnenten, Freunde. Okay, hier das erste hat er schon mal gut weggehauen. Oh, okay, auch das zweite hat er überstanden. Drittes Schlagloch. Oh mein Gott! Alter! Beide sind gleich weit gekommen, Leute. Jetzt liken und abonnieren.